Guten Morgen! Ich bin hier bei der Firma Schwarze in Rinteln. Hier wird gestreikt. Warum? Ganz einfach. Wir möchten einen Haustarifvertrag abschließen. Wir möchten angemessene Löhne schon ab 2022 abschließen. Der Arbeitgeber weigert sich bisher, mit uns einen Haustarifvertrag abzuschließen, hat die Verhandlungen immer weiter verschoben, stellt uns jetzt erst eine Einigung für nächstes Jahr in Aussicht. Das ist so nicht akzeptabel. Deswegen stehen wir heute hier und wollen unseren Forderungen Nachdruck verleihen und fordern den Arbeitgeber auf, zeitnah mit uns an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Okay, danke! Viel Erfolg!